Lara Gut, Olympia-Bronze-Medaillengewinnerin von Sochi 2014, schockte die Alpin-Fans im Herbst 2018 mit der Abschaltung ihrer Social-Media-Kanäle. Gibt es nie wieder so schöne Instagram-Schnapschüsse von der Schweizerin? Vor ihrer Hochzeit hieß Anna Veit mit Nachnamen noch Fenninger, den sehenswerten Bildern auf Instagram-Account tat der Namenswechsel der Österreicherin keinen Abbruch. Die Deutsch-Französin Lea Bois startete 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pjengshan, schaffte es auf der Buckelpiste aber nicht ins Finale. Auch die slowenische Slalom-Spezialistin Anna Bucic kann noch nicht die ganz großen sportlichen Erfolge vorweisen. Auf Instagram ist sie aber ganz vorne mit dabei. Superstar Mikaela Schifrin dagegen brilliert auf der Piste und vor der Kamera. Zwei olympische Goldmedaillen, einmal Silber und die Gesamt-Weltcup-Siege 2017 und 2018 stehen in der Vita der schönen US-Amerikanerin. Freestylerin Claudia Göhli aus Australien ist nicht nur auf Instagram sehr aktiv, sondern startete auch bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pjengshan. Slalom-Talent Charlotte Cable musste die letzte Weltcup-Saison verletzungsbedingt auslassen, will im Winter 2018-2019 aber wieder angreifen. Beim Paddeln macht sie ebenso eine gute Figur. Wie beim gemütlichen Schwimmen im kühlen Nass. Resi Stiegler aus den USA gilt als Paradiesvogel der Alpin-Stars. Ihr Spitzname, Tiger, Lynn Sivon bleibt trotz abnehmender sportlicher Erfolge die Glamour-Lady im alpinen Skizirkus. Auch als Fotomodel macht die US-Amerikanerin immer eine hervorragende Figur. Das trifft auch auf die kanadische Freestylerin Katrine Lavalé zu. Ob mit Schwan im Pool oder beim Workout, Lavalé-Schnappschüsse können sich sehen lassen. Wenn sich Marie-Michelle Gagnon nicht gerade die Skipisten dieser Welt hinunterstürzt, verbringt sie ihre Zeit gerne in der freien Natur. Auch die Italienerin Sofia Goccia gehört zu den optischen Leckerbissen im Alpin-Zirkus. Momentan laboriert sie leider an einem Knöchelbuch. Nadja Fakini gewann unter anderem zwei Weltcups und zwei WM-Medaillen. Slalom-Spezialistin Miraya Gutierrez stammt aus dem winzigen Zwergstaat Andorra, gehört aber trotzdem unbedingt in dieser Auflistung. Jessica Hiltzinger hat ihre Stärken besonders im Slalom und Riesenslalom. Die in der Schweiz geborene deutsch-lichtensteinische Doppelbürgerin geht im Weltcup für den DSV an den Start. Nevinar Etenjatovic aus Serbien startete nicht nur bei den Olympischen Winterspielen 2010, 2014 und 2018, sondern ist wie viele ihrer Kolleginnen aus den alpinen Disziplinen eine begeisterte Instagram-Nutzerin. Die US-Amerikanerin Lila LaPantla hängt in ihrer Freizeit auch gerne mal ab. Beruflich beschäftigt sie sich vor allem mit den technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom. Aaron Mietzinski aus Kanada präsentiert sich auch abseits der Skipiste treffsicher. Der norwegische Alpin-Star Nina Lozet steigt aus dem Wasser, wie einst Ursula Andres bei James Bond, Kollegin Katerina Paulatova aus Tschechien, posiert ebenfalls am Meer. Ganz in edel, in schwarz-weiß dagegen, Caroline Pichler. Die Italienerin ist vornehmlich im Riesenslalom zu Hause und muss sich natürlich auch im Sommer fit halten. In Übungen am Strasch, Snowboarderin Silja Njorenl aus Norwegen hält sich in der Heimat fit. Auch im Bikini im Pool im Urlaub in Spanien weiß die Olympiateilnehmerin und vierfache Goldmedaillengewinnerin bei den X-Games zu überzeugen. Gute Laune bei der Österreicherin Neyam Puchner, die durchaus erfolgreich in Abfahrt und Super-Gee an den Start geht. Kein Wunder, bei dem tollen Wetter am Pool. Abfahrt, Super-Gee und Super-Kombination sind die Spezialdisziplinen von Elena Körtoni. Ein echter Sonnenschein ist die Italienerin obendrein. Freestylerin Daniel Scott entspannt im Sommer am liebsten auf dem Surfboard. Alpin Ascorine Sutta dagegen zieht es zu ihrem Pferd. Tina Weirata lässt ihre Muskeln spielen. Die Lichtensteinerin gewann 2017 und 2018 die Hoch hinaus schaffte es die US-amerikanische Freestylerin Ashley Keltwell auch schon auf sportlicher Ebene. 2017 gewann sie den Weltmeistertitel in der Disziplin E-Rills Springen, mehrere deutsche Meistertitel in Super-Gee und Abfahrt sowie das eine oder andere gute Weltcup-Ergebnis stehen in der Vita von Michaela Wenig aus Bad Tölz, die gerne auch mal in traditioneller Tracht posiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017